willkommen zurück bei der neuesten folge von seven days to die ich bin jetzt fleißig dabei die schmelzen wieder zu verfüllen das heißt also im sinne von der neuen produktionsauftrag neues brennmaterial reingeben was so anfällt quasi an aufgaben material ist auch noch genug drin und hier eigentlich auch aber wir legen noch mal hier ein prikett rein kommen tut nicht weh so sieht es hier aus auch noch genug hier auch noch genug prima hier läuft die produktion noch immer für munition ist ja eine unserer wichtigsten munition ist ja die 7,62 weil das hat die munition ist für alle automatikwaffen gewehre etc da haben wir natürlich entsprechend großen bedarf warum kann ich jetzt nur 96 produzieren ach weil ich keine steine dabei habe ich doof also die rohstoffe wäre natürlich immer knipper weil logischerweise wir jetzt keine großen bauprojekte momentan haben tunnelbau und so weiter das läuft ja 2300 das wollte ich haben wir haben doch schon einiges jetzt wieder auf lagern baumaterial für die nächste bausession ja das könnte man noch machen dass wir uns noch mal zu der großbaustelle dann auch fahren munition dürften wir jetzt eigentlich genug haben jetzt fehlt es an eisen das ist das nächste problem aber ich brauche jetzt für jetzt zumindest kein eisen mehr aber wir haben ja jetzt gesehen dass wir doch deutlich mehr an eisen verbrauchen als es wir uns vorher gedacht haben also mit der munition die noch in produktion es dürften eigentlich im grünen bereich sein jetzt kommt der kompliziertere teil und das ist leider so ein bisschen wo ich immer die absprache vermisse ist jetzt schon das zweite mal nach nach zombie nacht dass die löcher schon gestopft sind und ich aber eigentlich da noch rein muss weil ja die spikes dahinter noch repariert werden müssen und der mattes ja das nicht macht weil er ist ja der baumeister nicht für die verteidigung zuständig sozusagen ist natürlich immer ärgerlich weil runterklettern ist gefährlich und einfach riskant das ist eigentlich nicht nötig dass man dann dieses risiko eingeben muss wenn nach 15 absprache wäre das ja gar nicht notwendig so ja hier muss ich auch noch einiges klappt klopfen muss man auch wenn ich wieder ich hoffe das kann eigentlich auch in der zwischenzeit war aber ich höre nix von daher gutes timing wahrscheinlich gewesen aber wie ich schon gesagt habe wir haben hier schon sehr lang keinen angriff neuer gehabt das ist schon fast überraschend ist das loch werde ich wohl verfüllen müssen dann müssen wir leider noch mal hoch gleich im beton holen das sieht mal kaputt aus also hier innen machen wir ja nur holzbike bisher ich weiß nicht ob das irgendwann mal richtig viel metall haben ob das dann auch mal thema sein wird diese hier aus metall zu machen weiß ich nicht das hängt auch ein bisschen davon ab wie die neue base schlägt und nun wir dann hier überhaupt größere angriffe noch bekommen werden aha hier ist es was hier kann ich machen so sieht eigentlich hier alles gut aus komisch wie kommt denn dieser podesta zustande hat wahrscheinlich der steffe hat ja erzählt er hätte sich irgendwie hoch gebaut und dass ich wahrscheinlich hoch gebaut und das nicht weg gemacht ist natürlich bisschen gefährlich so was stehen zu lassen also nur ein bisschen muss das mal angucken er sagt er hätte sich zweimal hochgepackt und hier sind zweifel diesen türmen das ist naheliegend dass das sein hochbaggern ist müssen wir hier irgendwelche spikes reparieren außer die die er selber kaputt gemacht hat sieht nicht so aus das ist wahrscheinlich zweimal wo er eingebrochen ist es war einmal hier und da muss ja noch einiges repariert werden ich glaube hier sollten überall auf kabel aufrüsten das will ich aber jetzt nicht alleine entscheiden das ganz unten komme ich ganz sicher nicht um den turm wegzunehmen gut wir müssen ja eh gleich noch mal hier rein ich weiß auch nicht ob wir solche gitter da fehlen ja auch jetzt welche mal die auf reserve haben das ist echt überraschend dass sie keine zombies sind das ist was solange es so ist so also ein bisschen beton brauchen wir dafür beton 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 ich nehme auch mal ein fahrzeug direkt mit dann fahren wir schon mal rüber da war beton drin gleich noch mal gucken wie der stammt der dinge so ist auch aus auch aus dann lassen wir das auch erst mal noch laufen gehen mal hoch und flicken was zu flicken ist ich habe nicht nach dem gitter geguckt scheiße und davon noch reserven haben bin mir nämlich nicht sicher ob ich weiß welches gitter das ist das sind leitern haben keine gitter holzgitterstäbe mache jetzt einfach mal zwei meine kosten ja nicht gewählt ja ich 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 ja ich 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 Und offensichtlich nochmal zwei. Das scheinen nicht die richtigen zu sein, aber scheiß drauf. Ja, das war Schwachsinn, da ich hier angegangen bin, ich komme hier schlechter an dem Ding dran. Nicht ein Zombie, also so langsam finde ich es echt merkwürdig. Jetzt habe ich kein Kabel bei, ich brauche Kabel zuerst, scheiße, so, Frame, Holzwarmbrücken, 20, fertig, dann. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und das heißt, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche ich malminute conventen. Also.. Da sind noch einige Sternkabel hier von innen defekt. Da werde ich auf jeden Fall noch mal Kabel holen müssen. Unfassbar. Ich meine, ich bin froh drum, aber es ist merkwürdig. Ich meine, ich bin froh drum, aber es ist merkwürdig. Ich bin froh drum, aber es ist merkwürdig. Ich bin froh, dass ich mir die Grafik unterstellen musste, weil während der Aufnahmen das Game doch ordentlich an Ruckeln war. Ich bin froh drum, aber ich bin froh drum. Ich bin froh drum, aber ich bin froh drum. Ich bin froh drum, aber ich bin froh drum. Ich bin froh drum. Ich bin froh drum, aber ich bin froh drum. Ich bin froh drum, aber ich bin froh drum. Schön, ach ja, und da oben war dieser fast kaputt, kaputte Block. Den machen wir jetzt sofort, bevor ich ihn nämlich gleich vergesse. So. Das war's. Dann ist auch noch so eine Stelle, aber da brauche ich mich jetzt nicht mehr hin. Irgendwo muss ja auch für mich mal Schluss sein, wenn die Herren sich schon alle hier mich mit dem Reparaturarbeiten in den Stich lassen. Das kann passieren, wenn man müde ist. Dann wollen wir den Weg wieder herstellen. Dann sind wir fertig. Ist der kaputt? Nein. Der Schimmert so komisch. Auch immer nicht ein Zombie in der Nähe. Merkwürdig. So. Dann gehen wir mal runter. Dann nehmen wir mal das Auto und... Das ist nee. Manchmal muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen. So. Dann gehen wir mal runter. raus, Pfeiler rein, MG raus, Auto rein, den Rest gucken wir. Wir fahren jetzt erstmal da hin. Wir fahren jetzt mit dem Bremsen, den Bremsen, mit dem Bremsen, die Bremsen, die Bremsen, die Bremsen, die Bremsen und die Bremsen. Ja, ein Zombie. Okay, gute Landung. Hör mal ganz ehrlich, so viel Material kann der doch gar nicht mehr brauchen. Ich glaube, das geht nach hinten los. Diese Kante ist, glaube ich, nicht so günstig. Gut, aber die Frage ist, da gehen sie überhaupt hier rum? Oh ja, jetzt weiß ich, was er meint. Hier ist natürlich alles nur noch Kabel. Hier ist noch nichts auf Beton aufgewertet. Da braucht er natürlich noch eine Menge Material. Das wird richtig noch Material fressen hier. Aber das Gebäude ist, glaube ich, eher harmlos. Oh, den Rahmen, das Loch nicht eigentlich mal zu macht, das verstehe ich nicht. Aha. Gut. Schön. Supi. Müssen wir als nächstes Eisen abbauen fahren, aber das machen wir heute nicht mehr. dass die alle, die unser Schloss setzen, wundert mich. Das machen wir heute nicht mehr. Wir fahren jetzt noch mal zurück zur Heimat und gucken, was die Öfen machen. Schalten die Öfen alle aus, holen dann noch mal alles raus, so wie es sich gehört. Oh Gott. Nein. Ich bin heute noch nicht gefahren. Wer merkt? Was? Ich habe immer noch die Steuerung verzkammt. Ich habe immer noch die Steuerung verzkammt. Ich glaube, da war sogar Eisen vorkommen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich habe mich immer noch nicht gefahren, wenn ich das gerne wieder schraufe. Ich bin heute noch nicht gefahren. Ich habe jetzt schon viele Jauben hier immer noch vor. Beobachtung, wasn't das? Ich glaube wirklich, dass unser Base inzwischen so tief in der Erde ist, dass das Spiel gar nicht mehr wirklich darauf reagiert und die Zombies. Also solange oben sich keiner auffällt, scheint tatsächlich das auch gar keine Zombies mehr anzulocken, habe ich langsam den Eindruck, weil das echt hier zu ruhig ist, ne? Für das da jetzt hier vier Öfen immer noch hier unten laufen, immerhin, ne? Kann ich so nicht nachvollziehen. So, Fahrzeug in die Fahrzeugkiste, den heißlichen Beton hier rein, äh, Kabel hier rein, so, und dann in die sonstiges Kiste machen wir wie immer, das Baumaterial. Das behalten wir ja. Rohstoffe, können wir noch 6000 Holz, können wir hier noch in die Kiste tun. Dann können wir gleich noch Gläser weg tun. Ja, da aufstoßen wir jetzt noch an. Ja, ui, ich bin betrunken. So, also machen wir die Schmelzen noch einmal leer. Ja, ich bin betrunken. Was muss ich jetzt wieder jetzt ein Ja, wo ist Lukas so, na sicher wo ist und wenn in Okay. So, Beton, 6.600, noch mal 3.3. Gut, Munition noch ausrollen, ist aber noch nicht fertig mit. Ach, Eisen ist noch dran. Das war die Schmelze, die ich noch gehört habe. Gut, das war es von uns. Das war es von mir. Ja, wir danken euch. Ich stellvertretend für den Rest der Leute, für euer Zusehen. Wie ihr seht, der Bau kommt langsam voran. Ich glaube noch nicht daran, dass wir die nächste Zombie-Nacht da drin sein werden. Ich denke, es wird noch eine weitere dauern. Ja, also schaut einfach nächstes Mal wieder zu. Würde mich freuen. Empfiehlt uns weiter. Ich habe gesehen, die Leute, die es schauen, das lässt so langsam ein bisschen nach. Würde mich also freuen, wenn er auch uns weiterempfehlt. Und einfach mal die Leute mit reingucken lässt. Wir müssen ja noch mehr Messing besorgen. Wir müssen Eisen besorgen. Das heißt, es wird definitiv in der nächsten Session wieder eine Minensession geben. Eine Minenaufnahme. Es wird Tunnelbau wieder geben. Es wird Basenbau wieder geben. Es wird wahrscheinlich auch wieder eine Zombie-Nacht geben. Und Loot natürlich, bis wir bluten. Wie immer. Also von daher, ich danke euch fürs Zusehen und gute Nacht.